Ja hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video auf dem Kanal. Leute, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Gestern waren wir ja zusammen in der Ranked Letter unterwegs. Dafür habe ich uns heute mal ein richtiges Fun-Deck mitgebracht. Es ist ein sehr, sehr wackeliges Kombo-Deck, muss ich direkt dazu sagen. Vielleicht kennt ihr die Kombo ja auch schon. Wir haben das Deck im Livestream schon ein bisschen angetestet. Ich habe ein bisschen ausprobiert, konnte jetzt auch ein bisschen feintunen. So gefällt mir die Liste auf jeden Fall richtig, richtig gut. Wer das Ganze natürlich noch nicht kennt, für ein Kombo-Deck ist ein bisschen unübersichtlich, weil man sehr viele Karten kombinieren muss. Deswegen eben auch ein sehr wackeliges Kombo-Deck. Wir machen gleich einen kurzen Deck-Check vorweg. Ich zeige euch die wichtigsten Interaktionen, was man mit dem Deck alles machen kann. Man kann unendlich Mana machen, unendlich Lebenspunkte, man kann sein gesamtes Deck ziehen, super viel Schaden machen. Also es ist wirklich alles mögliche drin, halt nur sehr wackelig. Ein schönes Fun-Deck. Mal schauen, wie das heute performen wird. Aber an der Stelle, bevor wir jetzt loslegen, noch ein ganz kurzes, aber großes Dankeschön an unseren heutigen Sponsor Mage Market, dem mobilen Marktplatz für Magic Karten. Hier ist jetzt auch gerade die neue Version 2.0 der Homepage und der App online gegangen. Die Börsenfunktionen sind online, falls ihr euch das mal anschauen möchtet. Alle Infos wie immer in der Videobeschreibung. In den nächsten Tagen kommt auch nochmal ein kleines Interview mit einem der Gründer der Seite. Der erklärt uns nochmal alles, was genau da jetzt passiert ist. Und wir, wir schauen uns jetzt auf jeden Fall mal das Deck im Detail an. Kleiner Deckcheck vorweg, dann wird ordentlich gezockt. Viel Spaß! So, wir kommen zurück zum Mini-Deckcheck vorweg. Für alle, die das Deck noch gar nicht kennen, wollen wir uns kurz die Kombos beziehungsweise die wichtigsten Interaktionen mal anschauen. Was müssen wir als erstes mit dem Deck immer machen? Schritt 1. Wir brauchen eine Kreatur, die beim Tappen ordentlich Mana produziert. Hier die Ältesten, die sind auf jeden Fall richtig gut. Für die Kombo brauchen wir eine Kreatur, die am besten für 3 Mana tappt. Die Ältesten hier alleine, die tappen ja immer für 2 Mana, wenn wir noch eine blaue Karte im Spiel haben. Dann tappen die immer für 3 Mana. Das ist Schritt 1. Eine gute Mana produzierende Kreatur. Entweder die Ältesten oder hier die Druiden. Das funktioniert auch, wenn wir sie ihr deppen. Dann tappt sie ja auch für 3 Mana. Das funktioniert beides. Also Schritt 1. Eine Kreatur ins Spiel kriegen, die beim Tappen 3 Mana produziert. Dann wollen wir hier Schritt 2, diese Kreatur mit den Handschuhen aus Licht verzaubern. Der erste Teil der Karte, völlig uninteressant, können wir quasi vergessen. Unten die Fähigkeit. Das ist das Interessante für uns. Die verzauberte Kreatur kriegt die Fähigkeit, bezahle 3 Mana, enttappe die verzauberte Kreatur. Bisher würde jetzt hier noch nicht viel passieren, aber ihr seht schon, wo das hinführt. Wir können eine Kreatur für 3 Mana tappen. Sie produziert 3 Mana und wir können sie für 3 Mana enttappen. Wieder tappen, enttappen, tappen, enttappen und so weiter. Passiert allerdings noch nichts. Wenn wir jetzt aber diese, ja noch nicht ganz, 2 Karten-Kombo durch eine dritte Karte erweitern, wie gesagt, leicht wackelige Kombo, dann wird das Ganze aber schon deutlich besser. Hier die Vertrauten des Biomachiers. Wir können aktivierte Fähigkeiten von Kreaturen für 2 farblose Mana weniger aktivieren. Auf einmal kosten dann hier die Fähigkeit der Handschuhe nur noch 1 weißes Mana. Wir können 3 Mana produzieren. Die Kreatur für 1 Mana enttappen. 3 Mana produzieren, für 1 Mana enttappen. Und so können wir dann unendlich, oder eben unendlich gibt es ja streng genommen bei Magic nicht, beliebig viel Mana produzieren. So viel wie wir wollen in allen Farbkombinationen. Wir pumpen erstmal ordentlich eine Farbe hoch, enttappen die Kreatur immer wieder. Und dann können wir die Kreatur, zum Beispiel die Druiden, ja auch für andere Farben tappen. Also wir können super viel grünes, blaues und weißes Mana produzieren. Um genau zu sein, eben unendlich oder so viel wie wir wollen. Was machen wir mit dem Mana? Entweder brauchen wir einen spektralen Seemann. Der kann dann das gesamte Deck ziehen. Auch die Fähigkeit später. Wir haben schöne Synergien hier mit dem Vertrauten. Wir können das auch früher aktivieren. Dann nur für 2 Mana. Wird ja um 2 Mana billiger. Also die ganzen Activated Abilities. Auch hier das Adepten wird dadurch billiger. Ist eine sehr schöne Synergie. Aber sobald wir das Mana haben, können wir hier das gesamte Deck ziehen. Mit Kenrys können wir viele Sachen machen. Wenn wir den dann finden, wir können eine Kreatur unendlich stark machen. Durch die grüne Fähigkeit einfach irgendwie 20-30-plus-1-plus-1-Marken auf eine fliegende Kreatur legen. Angreifen. Wir haben sofort gewonnen. Die weiße Fähigkeit kann unendlich Lebenspunkte machen. Gewinnt auch gegen super viele Decks. Und die blaue Fähigkeit kann ebenfalls das gesamte Deck ziehen. Oder wir lassen den Gegner sein Deck ziehen. Und so hat er ja auch sofort verloren. Also super viele Möglichkeiten. Wenn wir die Combo tatsächlich zusammen haben, dann auch das Spiel zu gewinnen. Egal was der Gegner zockt. Wir können ganz viele Möglichkeiten hier ausnutzen. Wir können auch ein Finale zünden. Wir haben ja super viel Mana. Einfach einmal X gleich, weiß ich nicht, 15, 20. Das reicht in der Regel. Können wir den Gegner sofort überrennen. Das geht halt auch recht schnell, wenn man eben die passenden Karten gefunden hat. Und hier der Rest von dem Deck, das sind eigentlich auch nur Karten, um entweder Mana zu machen. Hier die Gans und die Druiden. Oder eben Karten, um die anderen Combo-Teile zu finden. Opt ist eine ganz nette Karte, um passende Karten zu suchen. Once upon a time natürlich super, super gut. Findet die wichtigen Combo-Kreaturen. Also entweder hier unsere Mana-Producer oder das Familia oder mal ein Seemann. Je nachdem, was halt fehlt. Sehr, sehr, sehr gut. Und dann noch hier Drawn from Dreams. Nochmal ordentlich Card Selection. Die obersten sieben Karten des Decks anschauen, wenn wir unendlich Mana haben. Oder eben vor dem Combo-Zug. Wenn uns wichtige einzelne Karten fehlen, können wir so die passenden Pieces zusammensuchen. Natürlich, der Gegner darf dann nicht mit uns interagieren. Ein, zwei Removal. Dann wird das manchmal echt schwer, dann wirklich hier immer gezielt genau die passenden Karten zusammenzukriegen. Aber es kann durchaus funktionieren. Ist halt eigentlich nur ein Fun-Deck. Aber ich würde sagen, wir zocken das jetzt mal. Mal schauen, wie das läuft. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, wie das Ganze hier grob funktioniert. Ich würde sagen, wir sehen uns zur ersten Starthand. Weiter geht's. So, wir kommen zur ersten Starthand. Wir haben den ersten Zug. Doppel Once Upon a Time ist nicht optimal, aber die Hand gefällt mir. Gegner, Mulligan. Ist in Ordnung. Wir machen erst mal Scry. Schauen so ein bisschen, was wir finden. Brauchen eigentlich nur noch das Familia. Und wir brauchen natürlich die Aura. Das Enchantment. Na, noch so ein Land ist gar nicht mal so schlecht. Aber das will ich nicht unbedingt ziehen. Ich meine, wir haben doppelt Once Upon a Time. Da finden wir auf jeden Fall was Besseres. Nächste Runde. Machen wir das nämlich auch alles. Ja, da ist noch ein Land. Dann erst mal Once Upon a Time. Familia ist auf jeden Fall sehr gut. Und dann schon mal Incubation do it. So. Was macht wohl unser Gegner? So, wenn es ein Kreaturendeck ist, fände ich ganz gut. Schwarz hat viel Interaktion. Eine Ratte ist okay. Ich glaube, das Once Upon a Time, da können wir uns nochmal von trennen. Uh, der Faeboro Elder ist natürlich auch interessant. Wenn wir mit dem enttappen, oder mit einem von beiden halt quasi enttappen. Das ist halt alles nicht so schlecht. Machen wir das so. Macht er den Elder World direkt kaputt? Murderous Rider vielleicht? Kann gut sein. Wenn wir so enttappen, haben wir ja quasi gewonnen. Oh ja, Fanlurker. Weg mit den Gauntlets. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, um Karten zu ziehen. Unendlich Mana, können wir jetzt noch nicht viel mitmachen. Da können wir jetzt noch nicht viel mitmachen. Spectral Sailor, Leute. Alles klar. Also. Fangen wir an mit dir. Du tappst jetzt noch für einen Mana mehr. Dann verzaubern wir dich. Mit der Aura. Nice. So. Dann enttappen wir ihn für einen Mana. Kostet ja jetzt weniger, dank dem Familia. Dann starten wir das mal. So. Nice von unserem Gegner. Oh, sehr nett. Sehr nett. Oh, wäre sogar nett, wenn er mich das hier durchziehen lässt im ersten Spiel. Dann sehen wir das direkt. Nice. Cooler Gegner. Finde ich gut. Okay, Mana steht. So, dann können wir ihm hier den Spectral Sailor zeigen. Alles weniger. Können hier für zwei Mana jetzt immer eine Karte ziehen. Nice. Brauchen ja nur einen Finisher. Wir haben eigentlich alles am Start. Und ja, an dem Punkt haben wir theoretisch gewonnen. Wenn jetzt hier nichts mehr mit dem Mana passiert, wonach es eben aussieht, dann können wir jetzt unser gesamtes Deck ziehen. Wie nice ist das denn? Leute. Ja, läuft. So. Machen wir das nochmal ein bisschen. So. Ah, sieht so aus, als ob unser Gegner tatsächlich nichts hat. Leute. Richtig gut. So, bevor hier Irina das weiße Mana klaut. Hier wäre zwar noch was. Da ist das Finale. Hervorgen. Das ging sogar ziemlich schnell. Das ging sogar ziemlich schnell. Gar nicht mal schlecht. Okay, wir brauchen eigentlich nur... Das reicht schon. Wir haben ja hier einen fliegenden Attacker. Wir dürfen mit dem Finale noch einen raussuchen. Also ganz entspannt. Müssen wir noch nicht mal groß übertreiben. Wir haben schon genug Mana. Schön. So. 15 Mana. Machen wir mal nichts gleich. 13. Das sollte ja schon reichen. Nehmen wir noch eine fliegende Kreatur. Eine Goose darf noch mitkommen. Zack. Und der Angriff. Nice. Leute. Good Game. Cooler Gegner. Dankeschön. Ach, schöne Eröffnung. Schöne Eröffnung. Nicht schlecht. Nice. Good Game. Leute. Da geht auf jeden Fall noch was. Weiter geht's. Die nächste Starthand. Wir haben den ersten Zug. Wir haben die komplette Kombo. Das sieht gut aus. Nochmal einen Keep. Sehr interessant. Also jetzt eben... Das war schon Glück, dass wir den Sailor nachgezogen haben. Das Deck ist halt schon recht glücksintensiv, sag ich mal. Ist halt ein recht wackeliges Kombo-Deck. Aber Leute. Ich werde jetzt nicht zu viel sagen. Es sieht nicht schlecht aus. Hier der Anfang. Ist ja okay. Ein Spiel haben wir gewonnen. Ich meine. Hey. Ein Spiel ist gewonnen. Alles gut. Once upon a time. Das war jetzt nicht so optimal. Vielleicht ist das auch ein Schock. Nein. Schauen wir mal was passiert. Schauen wir einfach mal was passiert. Oh. Monorot. Oh. Gefährlich. 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 Machen wir Druid. Und nächste Runde dann Familia. Und dann gehen wir Richtung Adapt. Können hier noch den Scry mitnehmen. Ne. Doppel Druid. Reicht für die Kombo. Sagen wir. Go. Ist ja nicht der schnellste Start. Je nachdem, was jetzt auf der 3 kommt. Spitfire. Oh. Das ist aber halt eine sehr gefährliche Kreatur. Nice. Können wir einmal mit der Goose blocken. Ist ja in Ordnung. So. Können wir sogar die Goose noch legen. Und dann ein Druid adapten. Okay. Wenn wir nächste Runde was ziehen. Haben wir eventuell gewonnen. Je nachdem, was unser Gegner jetzt macht. Hätte auch vorher adapten können. Falls jetzt der Burn Spell kommt. Aber 20 Leben. Das werden wir wohl überleben. Leute. Nochmal so ein Lucky Top Deck wie eben. Aber ich meine, Sailor ist gut. Wir haben so viele gute Karten. Wir können einfach einen Finisher ziehen. Alles, was Karten zieht. Gibt ja genug Karten für Card Selection. Na genau. Ein Mana. Beunruhigt mich ein bisschen. Sagt einfach Go. Interessant. Sehr interessant. Okay. Adapten wir mal. Funktioniert. Once upon a time. Wenn das jetzt den Kenriss oder so durch Zufall findet. Oder ein Sailor. Leute. Sailor. Sehr gut. Gauntlet. Auf dich. Ja. Passt genau. So. Dann tappst du mal für weiß. Leute. Und wir sind in der Kombo. Enttappt. Nice. Machen wir erstmal weißes Mana. Hier funktioniert das ja ein bisschen anders als bei dem älteren. Leute. Zweimal hintereinander. Was ist hier los? Okay. Jetzt haben wir erstmal sehr viel weißes Mana. Machen wir uns mal ein blaues Mana. Zeigen wir unserem Gegner, dass wir hier den Sailor haben, um Karten zu ziehen. Vielleicht reicht das schon. Wir haben die Kombo ja schon gesehen heute. Und jetzt brauchen wir wieder nur den Finisher. Oder irgendeine Finisher-Karte. Wir haben auch super viel Leben jetzt. Geht einiges. Geht einiges. Mal schauen, was unser Gegner sagt. Möchtet er vielleicht auch sehen. Sieht man ja wirklich echt nicht so oft hier. Die Kombo. Da wollen die Leute vielleicht auch mal schauen. So, was passiert hier genau? Soll mir recht sein. Da kann ich euch das auch einmal zeigen. Finde ich gut. So, Mana ist wieder am Start. Noch einmal einen tappen. So, jetzt ziehen wir nochmal eine Handvoll Karten. Das kann ja nicht mehr lange dauern, bis hier die fehlende Karte kommt. Nice. Nice. Ging mono rot. Ey, nicht schlecht, Leute. Meint ihr, wir schaffen noch eins? Mal schauen. Weiter geht's. Und die nächste Start-Hand. Leute, sieht gut aus. Komplette Kombo. Once upon a time. Mana passt. Fangen wir wieder mit dem. Wobei jetzt ne... Ne, ne Turn 1 Goose ist nicht ganz so gut, wenn wir nicht noch ein Land finden. Machen wir es ganz entspannt. Tempel. Okay, brauchen wir nicht unbedingt. Machen wir wirklich so. Legen dann nächste Runde Paradise Druid. Dann Elda. Und wenn wir dann enttappen, sieht das schon ganz gut aus. Gegen was zocken wir denn? Leute, dreimal hintereinander. Das Deck darf nicht dreimal hintereinander gewinnen. Das ist eigentlich nicht möglich bei so einer Kombo, die so kompliziert ist. Also was heißt kompliziert? Es sind halt viele verschiedene Karten. Ist halt nicht so super stark. Aber mal sehen. Mal gucken, wenn unser Gegner da ist, was da kommt. Ich bin gespannt. Okay, Gegner ist am Start. Die mir gilt, Geld. Okay. Sekunde. Spons upon a time zünden wir noch. Ist jetzt nichts unbedingt dabei, was wir brauchen. Nehmen wir einfach die Gilded Goose. Ist nie verkehrt. Bonus leben. Ein Mana-Kreatur ist okay. Mana haben wir ja am Ende genug. Und wenn wir mit dem Elda enttappen, dann ist halt wie immer sehr gut. Schade. So ein Sailor oder so wäre mir da ein bisschen lieber gewesen. Offensichtlich. Ist ein akzeptabler Start. House Guild Mage. Sieht man nicht oft den Kollegen. Den sieht man nicht oft. Wir machen Mana. Wir machen Mana, Mana, Mana. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ob unser Gegner den Elda am Leben lässt. Also unendlich Mana ist mal wieder da, Leute. Der Top Deck muss es rausreißen. Aber. Oh doch, das Deck hier mit Once Upon a Time. Man findet schon recht konstant die Karten. Ist schon am schwersten hier die Aura zu finden. Aber wenn man die am Anfang auf der Hand hat, den Rest irgendwie zieht man sich immer zusammen. Ah, die mir zu wählen. Klassiker. Oh, Thought Erasure oder so wäre jetzt natürlich gut. Ah, kommt ein Removal auf den Elda. Hm, Scorn. Na, dauert noch einen Moment. Ist okay. Ist okay. Brauchen wir halt noch einen Elda. Oder einen Incubation Root nochmal. Geht ja auch. Mal schauen. Haben wir noch einen Scry. So insgesamt würde ich sagen, ist das in Ordnung. Hier greift jetzt noch der Guildmatch an. Schätze ich mal. Ja. Das ist okay. Komm, guter Top Deck. No Once Upon a Time. Finde ich gar nicht schlecht. Fangen wir damit an, bevor wir Scryen. Das brauchen wir ja alles nicht wirklich. Nehmen wir halt noch einen Familia. Nehmen. Das können wir auch ausspielen. Vielleicht will er das ja kaputt machen. Haben wir ja genug von. Ist nicht schlecht. Ist wirklich sehr gut. Auch hier die Aktivierung der Ooze. Der Food Token kostet Mana weniger. Ist eine echt nice Karte. Spectral Sailor. Die Aktivierung kostet weniger. Canerys kostet weniger. Also wir brauchen das für Milia. Nicht nur für die Kombo. Das ist halt mit mehreren Karten gut. Ist schon ganz cool eigentlich. Na, das Deck hat viel Interaktion. Je nachdem, wie viel Removal da kommt. Wenn er einen Discard-Zauber hat irgendwann. Ist auch sehr fies. Wir haben halt nur die eine Gauntlet. Aber ist okay. Ja, für Milias haben wir genug. Im Moment. Na, jetzt wird es schon ein bisschen schwerer. Noch eine Gauntlet. Wir könnten. Wir könnten. Eine Kreatur verzaubern. Um die zu einem besseren Blocker zu machen. Aber nee. Nee, da behalten wir lieber zwei. Sicher ist sicher. Machen wir halt Food Token. Opfern Food Token. Machen wir uns halt Lebenspunkte die ganze Zeit. Ist halt auch immer eine Option für das Deck. Bis wir die passenden Karten ziehen. Dürfen halt nur nicht aus-controlled werden. Also aus-controlled werden. Das dauert ja noch. Bis hier was passiert. Na, bin ich mal gespannt. Was hat unser Gegner? Discovery. Fair. Ist nicht so gefährlich. Wir müssen halt immer zwei Runden warten. Das ist halt schwer gegen so Control Decks. Unsere Kreaturen haben keine Eile. Die Combo-Kreaturen. Die müssen erstmal liegen bleiben. Ja. Noch nicht mal ein Angriff. Okay. Okay. Machen wir uns drei Leben. Nicht der stärkste Zug. So rückblickend. Aber gut. Was sollen wir groß anderes machen? Jetzt ziehen wir erstmal hier unseren passenden Mana-Elfen. Unser Gegner hat doch noch irgendwas. Oder will hier nur... Ich weiß nicht genau, was unser Gegner da machen möchte. Ah, vielleicht hat er ja eine Kampagne. Behalten wir mal ein Land zum Discarden auf der Hand. Sagen wir go. Das Problem ist, unser Gegner hat jetzt auch immer die Chance, halt ein Removal nachzuziehen. Je nachdem, wie viel er ja spielt. Wir haben Doppelscoren allerdings schon gesehen. Artful Takedown sieht man auch nicht so oft. Ah, gut. Interaktion ist auf jeden Fall da. Thief. Der ist schon nervig. Muss ich sagen. Der ist schon ein bisschen nervig. Vielleicht machen wir aus der Guus doch einen guten Verteidiger. Mal schauen. Machen wir uns wieder Lebenspunkte? Ja. Komm, guter Top-Deck jetzt. Wir brauchen was Gutes. Selbst in Once Upon a Time wäre ja okay. Also die Kreaturen zu finden, das ist echt nicht das Problem. Drawn von Dreams. Ja gut. Such doch mal was. Kann noch ein Counter kommen. Wer weiß. Na? Okay. Wow. Wow. Nichts. Was? Nehmen wir Sailor Once Upon a Time. Das ist echt nicht die Kombination, die wir hier sehen wollen. Sailor ist halt ganz gut. Aber ja, okay. Statt dem Once Upon a Time hätte das doch direkt mal die richtige Kreatur sein können, oder? Wir haben schon... Ja gut. So viele Karten haben wir jetzt hier noch nicht gesehen. Na, der Thief nervt mich. Aber okay. Er kann zumindest nichts ziehen, was uns kaputt macht, quasi. Gucken. Ich weiß nicht. Hat unser Gegner Counter bestimmt. Ne Sabotage oder sowas, oder? Müssen wir uns durchkämpfen. Müssen wir uns durchkämpfen, so wie es aussieht. Das wird kein einfaches Spiel. Okay. Das war Mana Mana. Da war auf jeden Fall ein Incubation Root dabei. Schade. Was hat er genommen? Ein Opt. Mhm. Was sucht unser Gegner? Oh, Scrytop. Muss man schon fast davon ausgehen, dass da ein Counter dabei ist. Besonders wenn jetzt genau drei Mana offen bleiben. Das ist schon sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Okay. Okay. Mhm. Dann zünden wir mal das Once Upon a Time. Ja, unser Gegner hat auf jeden Fall noch irgendwas. Gut. Man kann auch immer hier den Guild Mage aktivieren. Aber ich denke mal, der wird gecountert. Oder frisst sofort ein Removal. Irgendwas in die Richtung. Ah, ist okay. Es ist tatsächlich egal, was auch gecountert wird, mehr oder weniger. Wobei, man hätte mit ihm anbieten können. Aber er kennt die Karten ja. Kommt aber nichts. Okay. Dann hat er bestimmt ein Removal. Aber ist ja okay, wenn einer von denen überlebt. Wenn einer von denen überlebt, ist echt okay. Das ist aber zu riskant, das Familiar zu legen. Ich meine, wir haben genug Mana nächste Runde. Für die Combo. Je nachdem, was passiert. Vielleicht klappt das ja doch. Leute, wir müssen nur mal geschickt sein. Jetzt kommt, glaube ich, ein Removal. Noch? Na, der Elder ist tot, oder? Guilded Goose ist tot? Ich bin mir nicht sicher. Mal schauen, was unser Gegner da macht. Bounce. Bounce, die Guilded Goose. Warum? Nur wegen Blocks, oder was? Soll uns erstmal recht sein. Vielleicht will er die bouncen, weil er die anderen wirklich kaputt machen will. Das kann natürlich auch sein. Außerdem wird das Phantom Ready gemacht. Ist ja in Ordnung. Wir überlegen uns gut im Endstep, was wir machen. Nehmen wir. Ja. Ja. So, was macht unser Gegner? Vielleicht hält er sich jetzt den Counter auf. Das wäre nervig. Aber, na, die Sowelldecks spielen meistens nur die Sabotage. Okay. Was hat er sich genommen? Komm, tapp dich aus. Leute. Ein Elder. Ja. Ja, so vier, vierer Bieter. Ist jetzt nicht die schlechteste Karte. Noch ein Land. Und das war's. Ah, das sieht aber gefährlich aus für uns. Aber versuchen wir es? Versuchen wir es? Wir haben auch so oder so genug Mana. Egal, ob wir den Zähler legen oder nicht. Wir können auch schon jetzt legen. Gucken, ob er da irgendwelche Einwände hat. Ich schätze mal nicht. Da ist auf jeden Fall was am Start. Da ist auf jeden Fall was am Start. Können wir unseren Gegner irgendwie so ein bisschen austricksen? Schwer. Vielleicht kommt keine Interaktion. Kein Counter, kein Removal. Es ist nur sowas. Plus, na, wenn er noch einen Bounce hat, ist es auch nervig. Unser Gegner kann es verzocken. Wenn er das alles resolven lässt. Oh, das ist jetzt aber wirklich gefährlich für unseren Gegner. Okay, starten wir mal einen Teil der Kombo. Wir haben ja hier noch Mana. Oh, das war echt gefährlich von unserem Gegner. Was hat er denn? Gar nichts? Haben wir es etwa? Leute, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir absolut nicht sicher. Da muss doch noch was am Start sein, oder? Er sagt auf jeden Fall, ups, hatte er vielleicht was? Oder hat sie jetzt verzockt tatsächlich? Okay. Boah, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das verzockt ist. Ob wir das gar nicht gewonnen haben. Okay. Wir ziehen einfach mal. Wir haben auf jeden Fall Kartenvorteile und alles gemacht. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich glaube, wir haben das gewonnen, oder Leute? Was für Spiele, dieses Deck. Aber ich habe auf jeden Fall Spaß dran. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr auch. Ist halt mal was ganz anderes. Einfach mal ein wildes Deck heute. Okay. Ziehen wir weiter. Unser Gegner gibt ja noch nicht auf. Der letzte Spieler hat ja aufgegeben. Also denke ich halt, er hat vielleicht noch was. Aber wir können jetzt... Nice. Mittlerweile um alles drum herum spielen. Und der Kenris, wenn wir den spielen, sollte das unserem Gegner auch zeigen, dass das eigentlich tödlich ist, was wir hier machen. Weißes Mana können wir auch gut genug produzieren. Das ist alles am Start. So. Dann legen wir mal den Kenris. Der kann jetzt mit unendlich Mana unser Deck ziehen. Unendlich leben. Und mit der grünen Fähigkeit können wir eine Kreatur unendlich stark machen. Zum Beispiel hier der Spectral Sailor. Der Spectral Sailor. Der ist unendlich stark. Er kann nicht blocken. Nice. Oh, Leute. Was ist da los? Okay. Jetzt sind wir so gut gestartet. Wir machen auf jeden Fall noch ein Bonusspiel. Ich meine, komm. Egal was passiert. Wir sehen uns zur nächsten Starthand. Weiter geht's. Leute. Die Bonus-Starthand. Okay. Ist ein Mulligan. Das können wir nicht keepen. Das sieht doch ganz gut aus. Also das sieht wirklich ganz gut aus. Ich würde sagen, wir legen das Ob weg. Denn wir haben die komplette Kombo auf der Hand. Ist doch super. Das ist doch mal ein guter Mulligan. Oh, Footlight Fiend. Okay, okay, okay. Wir sind bereit. Schade. Keine grüne Mana-Quelle. Es ist nicht Zug 2 Elder. Das wäre auch zu schön mit der Gilded Goose. Aber ist okay. Wir wollen uns hier nicht beschweren. Nehmen erstmal ein bisschen Schaden. Oh, das hier kann halt viel Interaktion haben. Viel Removal auf unsere Kreaturen. Das ist halt einfach gut gegen uns. Ja, machen wir Gilded Goose. Mountain. Äh, Fountain. Mountain. Die Fountain. Nächste Runde Elder. Schön mit dem Forest. Nehmen wir keinen Schaden. Vielleicht stirbt er auch die Goose. Vielleicht schießt er die Goose ab. Wäre völlig in Ordnung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so hingenommen wird. Drei offene Mana. Das kann einfach nicht sein. Na? Rider. Rider. Oder? Irgendwie Rider auf Elder. Das ist jetzt eigentlich schon hier Pflicht. Hardfire. Ja, okay. Das ist echt in Ordnung. Verliert er sogar die Kreatur. Ja. Ja. Passt. Das ist ja quasi die unwichtigste Karte auch in unserer Kombo. Oh, und Spawn of Mayhem ist nicht schlecht. Ich mach mal hier Abkipp fürs Opt. Der ist nicht schlecht. Der drückt halt gut Schaden. Wir brauchen halt Elder oder Incubation Druid offensichtlich. Und die sind ja halbwegs leicht zu finden. Haben wir oft im Deck. Na. Länder nicht. Once upon a time. Ist okay. Und Finale. Ja gut, das ist nicht ganz so wichtig. Allerdings können wir mit dem Finale nächste Runde auch einen Elder raussuchen. Oder einen Incubation Druid. Das geht halt auch immer notfalls. Wir haben ja noch den Kenris im Deck zum Gewinnen. Wenn die Kombo läuft, dann läuft sie ja. Und das, der kann noch nicht gegen unendlich Lebenspunkte gewinnen. Wahrscheinlich. So gesehen. Mhm. Ah, müssen wir durchlassen. Ah, ist. Der Spawn ist stark. Ist halt einfach eine starke Kreatur. Trampelt auch. Das ist ein bisschen nervig. Oh, das Ding wird auch schnell stärker. Oh, oh, oh. Das muss sitzen. Das muss sitzen jetzt, Leute. Ach komm, wir hatten einen super guten Run. Opferte Kreatur. Ja. Gibt Schlimmeres. Hat er vielleicht öfters auf der Hand. Dann ist es schlimm. Ah. Das ist auf jeden Fall schlimmer, dass wir nichts finden. Das ist nicht gut. Oh, Incubation Druid ist ja zumindest ein Anfang. Legen wir die beiden. Man kann halt auch super Risikoplay machen. Incubation Druid plus Familia legen. Ah, da bin ich heute nicht gierig genug für. Nehmen 6. Moment. Er pumpt. Nehmen wir 9. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Wir kriegen halt einen Schaden vom Spawn und 4 in der Luft. Virtuell sind wir auf 1. Okay. Was können wir hier machen? Wir können uns auch sogar schocken. Das reicht, oder? Wartet mal. Wir brauchen 2 für das Familia. 3 zum Adepten. Okay. Leute. Und weißes Mana brauchen wir noch. So. Adept. Leute. Du tappst für weißes Mana. Verzaubern. Leute. Was ist das hier? Letztes Mana. Kann unser Gegner irgendwas machen? Enttappt für das letzte weiße Mana. Leute. Das ist die Punktlandung mit dem Mana. Und wir haben halt das Finale genau auf der Hand. Okay. Tappt für weißes Mana. Jetzt nichts falsch klicken. Gegner hat keinen Schock oder so fürs Familia. Leute. Erstmal genug weißes Mana machen. Leute. Das gibt's nicht. Wow. Ist das knapp. Okay. Leute. Das letzte Mal enttappen. 18 Mana. Hab ich uns klar gemacht. X gleich 16. Bezahlen. Wow. Egal was wir nehmen. Gegner hat einen Blocker. Nehmen wir den Eldar. 2 Attacker. Leute. Oh. War das knapp. Genau passend vom Mana. Genau passend mit der Handkarte. War das krass. Knapp. Leute. Das Bonus Spiel. Noch mitgenommen. Ich freue mich. Hätte ich nicht mitgerechnet. Ihr habt gesehen wie wackelig das Deck ist. Haben wir echt Glück gehabt. Aber nice. Richtig, richtig gut. Schönes Abschlussspiel. Good game. Und da sind wir auch schon wieder am Ende von diesem Video angekommen. Leute. Schön wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Jetzt habt ihr das Deck. Hier das Eldar of Light Deck mal in Action gesehen. Auch deutlich mehr Action in dem Video. Als ich das am Anfang erwartet habe. Das Deck hatte einen echt guten Run. Ganz klar. Einige glückliche Momente waren da mit dabei. Aber das Deck braucht das halt manchmal. Soll halt einfach Spaß machen. Ist einfach mal ein anderes Deck. Mir hat das halt sehr gut gefallen. Ich hoffe natürlich das Deck hat euch auch gefallen. Die Spiele haben euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist. Über den Daumen hoch. Würde ich mich natürlich wie immer mega freuen. Und an der Stelle kann ich euch wirklich nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Bis dann.